Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und damit hallo und herzlich willkommen mal zu einem Informationsvideo der etwas anderen Art beziehungsweise zu einem etwas inhaltsvolleren Informationsvideo als nur die nächste Episode City Skylines, kommt ein bisschen später raus. Wo fangen wir an, um dieses Video mal sinnvoll aufzubauen? Ich weiß es nicht genau. Wir beginnen einfach mal mit dem Hauptbestandteil dieses Videos, nämlich City Skylines, Projekt Österreich, Austria. Das, was man im Hintergrund so ein bisschen sieht. Worum geht es? Im Grunde genommen, ich fange mal ganz von vorne an. Wir haben das Projekt Austria ja gestartet am 1. Oktober 2017. Wir haben jetzt mit der Episode, die dieses Wochenende rausgekommen sein sollte, rauskommen wird oder in den nächsten rauskommt, in den nächsten Tagen rauskommt, 28 Episoden dieser Serie gemacht. Wir haben noch viel vor uns, noch viel zu tun. Das ganze Projekt ist lange noch nicht fertig. Was aber sich jetzt geändert hat, ist momentan das Datum sozusagen. Ihr seht, das ganze Video hier ist am 15.04. um 14 Uhr rausgekommen, am Sonntag, zur City Skylines Upload-Zeit, theoretisch zumindest. Und wir haben langsam aber sicher die warme Jahreszeit. Mit den 28 Folgen, die wir mit City Skylines bisher gemacht haben, sind wir quasi genau durch die 28 Winter- und Herbstwochen und die ganz frühen Frühjahrswochen durchgekommen. Also quasi genau durch die dunkleren Monate eines Jahres, wo man sich mit so Indoor-Tätigkeiten wie, ich sag jetzt mal, City Skylines am Rechner spielen für 16 Stunden für eine Folge. Diesen Arbeitsaufwand, den ich da ja schon öfter mal genannt habe. In diesen Wintermonaten kann man das gerne machen. Da sitzt man sowieso drin, es ist kalt draußen, man will nichts machen, außer mal man muss Schnee schippen, weil es im Dienstplan des Hauses drin steht oder so. Ich weiß es nicht. Das ist das, was man im Winter so macht. Oder ich zumindest im Winter mache. Ich habe im Winter Zeit für diese Episoden gehabt. Jetzt nähern wir uns mit dem 15.04. Mitte April. Wir nähern uns den Sommermonaten. Mit Sicherheit auch bis Mitte Oktober wieder werden wir ziemlich gutes Wetter haben. Wir werden es warm draußen haben. Und ich glaube, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, der in diesen Monaten bessere Dinge zu tun hat, in seinem Leben wie am Rechner zu sitzen und 16 Stunden an Episoden zu schneiden und sie aufzunehmen für ein virtuelles Spiel, was mit dem echten Leben nichts zu tun hat. Und um das jetzt mal quasi direkt so drastisch wie es geht zu sagen, wir werden im Sommer diesen Jahres sehr, sehr wenige Folgen City Skylines veröffentlichen und wir werden im Sommer diesen Jahres sehr, sehr Episoden oder sehr, sehr wenig oder ihr werdet mich sehr, sehr wenig online auf diesem Kanal oder auf Twitter oder sonst irgendetwas erleben im Sommer. Und das hat halt eben den praktischen Grund, dass ich mein Freizeitverhalten, weil, wie gesagt, wir machen das Ganze hier nicht gegen Geld. Wir machen das Ganze hier oder ich mache das Ganze hier, sagen wir mal, als Hobby und das ist es auch. Und für mich persönlich ändert sich mein Hobby zwischen Sommer und Winter drastisch. Im Winter sitze ich ganz gerne mal vorm Rechner und nehme diese 16 Stunden Episoden auf. Im Sommer sitze ich lieber draußen, trinken Bierchen, Grille, fahre Fahrrad, geh schwimmen, essen Eis, was auch immer. Ich glaube, wir sind uns da alle einig, was man im Sommer so draußen machen kann oder wir wissen alle, wovon wir reden. Der Unterschied ist also ganz klar, mein Freizeitverhalten im Sommer unterscheidet sich drastisch von dem im Winter, so wie das bei den allermeisten Menschen auch der Fall sein wird. Und der einzige Grund für dieses Video ist eigentlich nur, wir werden jetzt im Sommer, ich habe im Sommer schlichtweg keine Lust, mich 16 Stunden in der Woche an den Rechner zu fesseln, nur um diese Episoden rauszuhauen für halt eben keine Gegenleistung auf gut Deutsch. Das muss man so drastisch sagen, wie es ist. Und ich glaube, dass es trotzdem noch verständlich ist, wenn ich das so ausdrücke. Im Sommer habe ich einfach Besseres zu tun. Und aus diesem Grund möchte ich dieses Video jetzt quasi nutzen, um euch darauf hinzuweisen, dass wir jetzt im Sommer, wie gesagt, sehr, sehr viel weniger Uploads haben werden auf diesem Kanal, als wir das jetzt im Wintermonat haben. Das bedeutet, wir werden diese sonntägliche Frist mit 14 Uhr für City Skylines völlig über den Haufen werfen. Und solange gutes Wetter ist, kommt auch kein Video raus auf diesem Kanal. Kein Train Simulator, kein Prison Architekt, kein City Skylines, kein gar nichts. Nichts, was irgendwie am Computer bearbeitet werden muss großartig oder was so viel Zeit, wertvolle Lebenszeit am Computer frisst. Und das ändert sich selbstverständlich im Sommer oder das kann schwanken. Wenn wir jetzt zwei Wochen im Sommer nur Regen und Gewitter haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder Episoden von City Skylines raushauen werden im Sommer höher. Aber solange wir gutes Wetter haben, halt eben nicht. Und das denke ich mal, habe ich jetzt so halbwegs gescheit rübergebracht, ohne jetzt acht Stunden davon zu reden. Währenddessen wir im Hintergrund gerade eine Seilbahn runter Richtung Reute in Tirol fahren. Übrigens neben Landschaftsstrich, der die Vorlage bietet für unsere Serie Austria. Meine Damen und Herren, ich hoffe, euch hat dieses Informationsvideo informiert. Von gefallen kann ja keine Rede sein, aber informiert. Ich hoffe mal, ihr könnt die Entscheidung verstehen. Ich gehe davon aus, dass viele von euch die Entscheidung verstehen können. Für mich persönlich zumindest ist sie nachvollziehbar, sonst würde ich sie nicht treffen. Und ich hoffe mal, wir sehen uns dann im Laufe des Sommers an deutlich seltenen Tagen wieder. Wann auch immer ich Zeit habe oder wann auch immer das Wetter es mir vorgibt sozusagen, dass ich meine Zeit innen drin eher verbringe, wird es Episoden geben. Ansonsten bei gutem Wetter nicht. Und ich glaube, die Entscheidung ist nachvollziehbar. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das war das Infovideo. Ich hoffe mal, ihr hattet einen, oder ihr habt noch einen wunderschönen Sommer. Wir sehen uns in der Episode 28 noch einmal planmäßig wieder, so halbwegs zumindest, auch wenn die jetzt etwas später rauskommt im Laufe der Woche. Das war es von mir für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, zumindest vom Inhalt her. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, in der Episode 28 wieder. Und in der Episode 28 werde ich auch nochmal dieses Thema ansprechen und auf dieses Video verweisen. Deswegen reicht jetzt auch mit 5 Minuten 30 beziehungsweise fast 6 Minuten Redezeit. Wir sehen uns in der Episode 28 wieder. Wunderschönen Sommer noch. Macht was draußen, sitzt nicht drin vorm Rechner. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein!